Es lässt Wasserdampf kondensieren, sodass sich Wolken bilden. Mehr Plankton bedeutet mehr Wolken. Wolken schirmen das Sonnenlicht ab und auf der Erde wird es wieder kühler. So bewahrt sich die Erde den schmalen Temperaturbereich, in dem Wasser flüssig ist. Und nur in diesem Bereich kann Leben existieren. Die Erde ist Teil eines weit grösseren Systems, das sich um die Sonne gruppiert. Leben braucht außer Wasser auch Sonnenlicht. Alle Lebensformen sind auf die Sonne als Energiequelle angewiesen. Noch vor 500 Jahren hielten die Menschen die Erde für den Mittelpunkt des Universums. Heute wissen wir, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Die Sonne steht im Zentrum der nächstgrösseren Welt, des Sonnensystems. Die Sonne ist ein Stern, wie viele andere auch. In ihrem Zentrum werden Wasserstoffatome mit solcher Gewalt zusammengeballt, dass sie miteinander verschmelzen. Dabei wird einerseits Helium frei, andererseits ungeheure Energie. Diese Strahlungsenergie breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Von der Sonne zur Erde braucht ein Lichtstrahl etwa acht Minuten. Zunächst aber muss diese Strahlung vom Sonnenkern, wo sie entsteht, an die Oberfläche der Sonne gelangen. Auf geradem Weg sollte dies nicht länger als zwei Sekunden dauern. Aber da sie an den dicht gepressten Atomen immer wieder abprallt, braucht es zehn Millionen Jahre. Das Licht, das uns heute am Leben erhält, ist entstanden, als die Menschheit noch nicht einmal existierte. Die Sonne versorgt einerseits das gesamte Sonnensystem mit Licht und Wärme. Andererseits hält sie die einzelnen Planeten des Systems auf ihren Bahnen. Isaac Newton veröffentlichte 1687 seine Gravitationstheorie. Damit lässt sich berechnen, wie die Schwerkraft Planeten auf ihren Umlaufbahnen hält. Damals entstand der Eindruck, das Sonnensystem sei eine Präzisionsmaschine. Mit Newtons Gleichungen liessen sich der Sonnenauf- und Untergang und die Mondphasen voraus berechnen. Dieselben Gleichungen ermöglichen es, die Flugbahn einer Raumsonde zu kalkulieren. Früher konnte man mit einem Teleskop nur von der Erdoberfläche aus zum Himmel blicken. Heute können wir Sonden in den Weltraum schicken und andere Planeten aus der Nähe betrachten. Merkur ist so nah an der Sonne, dass man ihn mit freiem Auge kaum jemals sieht. 1975 sandte die Mariner-Sonde Daten zur Erde. Sie zeigten, dass der Merkur ein kleiner, toter Planet ist. Und so langsam um seine eigene Achse rotiert, dass ein Merkur-Tag länger ist als ein Merkur-Jahr. Am Tage erreicht seine Oberflächentemperatur 350 Grad Celsius. Nachts fällt sie auf minus 170 Grad. Der nächste Planet von der Sonne aus gesehen ist die Venus, der Abend- oder Morgenstern. Die Venus leuchtet so hell, weil sie in reflektierende Wolken gehüllt ist. Die Magellan-Sonde blickte mit Hilfe ihres Radarsystems durch die Venus-Wolken und offenbarte eine Gluthölle. Der Treibhauseffekt der Wolken sorgt für eine Temperatur von 450 Grad. Heisser als Merkur und heiß genug, um Blei zu schmelzen. Und dann der dritte Planet, die Erde, unsere Heimat. Aus dieser Entfernung erkennt man Erde und Mond als Doppelplaneten. Unser Trabant war einst Teil der Erde und trennte sich von ihr nach einer kosmischen Kollision. Der nächste Planet von der Sonne nach außen gehend ist der Schauplatz von Science-Fiction-Filmen. Der Mars. Die Mariner-Daten ergaben allerdings, dass es dort weder Marsmenschen noch flüssiges Wasser und nur eine dünne Atmosphäre gibt. Aber die Landschaft ist spektakulär. Gewaltige Schluchten klaffen an der Oberfläche des Mars. Die grösste davon würde von der Ost- bis zur Westküste der USA reichen. Außerdem ragen hier Reste gewaltiger Vulkane auf. Darunter der grösste Vulkankegel des Sonnensystems. Der ist dreimal so hoch wie der Mount Everest. Am bekanntesten sind wohl die Voyager-Sonden, die 1977 in Richtung Jupiter des riesigen Gasplaneten starteten. Der Jupiter ist so gewaltig, dass in ihm alle übrigen Planeten des Sonnensystems leicht Platz finden. Er ist eine wirbelnde, siedende Sphäre aus Methan und Ammoniak. Über seine Oberfläche toben Wirbelstürme, die an Gewalt jeden irdischen Hurrikan übertreffen. Die Voyager-Sonde liess den Jupiter hinter sich und flog weiter in Richtung Saturn, des geheimnisvolleren Planeten. Die Ringe bestehen aus Eis- und Gesteinsteilchen und sind möglicherweise Reste eines zertrümmerten Mondes oder Kometen. Jenseits des Saturn befindet sich Uranus, ein Gigant aus Eis. Uranus bewegt sich anders als die übrigen Planeten. Er rollt gleichsam liegend um die Sonne. Seine Monde umkreisen ihn wie ein Riesenrad. Neptun ist von der Sonne so weit entfernt, dass diese nur noch ein kleiner Lichtpunkt ist. Eine einzige Umrundung der Sonne auf seiner riesigen Umlaufbahn dauert 165 Erdenjahre. Zwei Menschen leben. Wie Uranus ist auch Neptun von Eis bedeckt. Und das ist so gut wie alles, was wir über ihn wissen. Newtons Berechnungen ergaben, dass sich zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter ein weiterer Planet befinden sollte. Doch hier kreist kein Planet um die Sonne, sondern kosmischer Schutt. Das ist der Asteroidengürtel. Im Jahr 2001 gelang es sogar, eine Sonde auf dem Asteroiden Eros zu landen. Wir wissen nicht, wie viele Asteroiden es gibt. Ihre Größe reicht von der eines Mauerziegels bis zu jener eines kleinen Mondes. Auf dieser Ebene beginnt die Urwerk-Mathematik zu versagen. Und es zeigt sich wieder das Chaos. Newtons Berechnungen der Planetenbewegungen sind letztlich nur Annäherungen. Selbst die Beziehungen zwischen nur drei Planeten ähnlicher Größe sind so kompliziert, dass sie sich mit konventioneller Mathematik nicht mehr berechnen lassen. Was den Asteroidengürtel betrifft, ist jede Voraussage von vornherein ausgeschlossen. Erst in jüngster Zeit wird uns allmählich klar, wie viele Asteroiden es gibt und wie nah manche der Erde kommen. Die bestehenden Grenzen der Wahrnehmung zu überschreiten, ist nicht immer beruhigend. Das sind Meteoriten, Steine aus dem All, Bruchstücke von anderen Welten. Sie waren Millionen, vielleicht sogar Milliarden Jahre durch das Sonnensystem geschwört. Und manche stammen womöglich von fremden Welten außerhalb des Sonnensystems. Es bedurfte einer grundlegend neuen Perspektive, um zu erkennen, dass unsere Sonne nur ein Stern unter zahllosen anderen. Zahll der Hölle Zahll der Hölle